Hallo, herzlich willkommen zum Cheek & Club unter vom Sofa und mitmachen. Wir zeigen euch heute, wie man mit viel Spaß richtig fit werden kann. Oh, das ist ganz schön anstrengend hier. Ja wie, wir haben doch gerade erst angefangen, Malten. Jetzt machst du schon schlapp oder was? Ja, ich mach nicht schlapp, das ist eine andere Übung. Finger Aerobic. Finger Aerobic, ja. Mal sehen, was unser Fitness-Experte dazu sagt. Hier ist der sechsmalige Mr. World Fitness. Hier ist Franco Carlotto. Herzlich willkommen. Hier ist der richtige Schuss hier. Und weiter geht's. Alle in Bewegung. Wow, wow, wow. Sag mal da, was soll das hier? Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist für eine Übung. Ja, hallo. Finger Aerobic. Schön, dass du da bist, Franco. Witzige Idee. Ja, aber? Aber ich glaube, du kämpfst nicht mit den Fingern, sondern mit dem inneren Schweinenhund, oder? Was ist das denn? Ja, dass du dich nicht eigentlich anstrengst. Das kann sein. Wie kann ich denn fitter werden? Verrätst du mir das? Es besteht noch Hoffnung, weil ich werde euch heute allen zeigen, wie er richtig fit wird. Super, ich bin gespannt. Und außerdem haben wir noch das für euch.